Willkommen zu einem neuen Video. Hier habe ich an einem Straßenrand, wie man hier nicht schnell hören kann, ein Haus entdeckt am Vorbeifahren. Und von hinten ist es zugänglich. Hier haben wir noch jede Menge Müll in den Garagen. Wie man sieht, hat es hier auch gebrannt und da tropft es runter. Also der Fernseher wurde zerbrannt. Verbrannt, wie man es auch nennen möchte. Ja, ich war schon mal kurz drin, habe geguckt, ob jemand drin ist oder nicht. Um sie mal die Lage zu checken. Tatsächlich ist keiner drin. Es wäre jetzt ein Wunder, wenn jetzt doch einer drin ist. Und ja, also was man direkt sagen kann, es riecht hier verbrannt. Hier sieht man es vielleicht nicht so. Man sieht hier ist noch Teppich rausgenommen worden und Fahrradreste sind hier. Jede Menge Möbel sind hier noch drin. Also so viel wurde hier noch nicht rausgenommen. Aber es ist noch nicht so lange her, dass das Ganze gebrannt hat. Hier fängt es auf jeden Fall schon ein bisschen zu riechen. Hier haben wir eine alte Kühltruhe und eine Kirschen, so wie das aussieht. Und schwarze Spinnweben. Das kenne ich nur von anderen Orten, wo es gebrannt hat. Mit Ruß und so. Hier ist die andere Seite. Noch ein Fahrrad. Ganz viele Fahrräder. Und ganz viele schwarze Spinnweben. Und auf jeden Fall eine alte Küche. Da gucken wir jetzt nicht weiter genauer rein. Ja, da unten haben wir den Keller. Aber hier in der Gegend ist das leider aufgrund, glaube ich, von hohen Grundwasserspiegeln, wie ich gehört habe. Und vielleicht, weil hier das Wasser nicht rauskommt, wenn es reinregnet, dann kommen wir da nicht lang. Das Wasser läuft unten einfach nicht ab. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Dusche. Und ein kleines Bad. Und wieder überall dieser schwarzen Rußspinnweben. Und hier sieht man auf jeden Fall schon, dass Decke runtergekommen ist, es hier wahrscheinlich gebrannt hat. Man sieht hier auf jeden Fall, also hier waren auch Leute, die gehaust haben. Weil wir ja noch Verpackungen von irgendwelchen Sachen sehen. Ja, hier hat es auf jeden Fall gebrannt in der Ecke. Oder hier überall. Dass Leute sowas machen müssen. Schrecklich. Mal gucken wir mal. Dann haben wir hier noch einen kleinen Bereich. Hier werden wahrscheinlich auch Tiere sein. Oder hier war mal jemand mit einem Hund. Denn das sieht für mich aus wie... oder jemand hat hingekackt. Das kann natürlich auch sein. Richtig lecker. Aber hier ist nichts mehr drin. Das Zaunsystem war mal da. Ich weiß, ob hier vielleicht tatsächlich noch sogar jemand lebt. Und nur gerade im Moment nicht da ist. Aber das wollen wir nicht herausfinden. Es gibt noch eine schöne zweite Etage. Auch wenn es so aussieht, als würde sie runterkommen. Nein, ist das sicher. So. Da kann ich fast steuern. Da müssen wir aufpassen, wann der Hintritt. Hier ist auch jede Menge Müll und Geschirr. Waschmaschine, wo noch irgendwas drin steckt. Also es wird wahrscheinlich ein mehrfammerhaus gewesen sein. Aber auch hier hat es ordentlich gebrannt. Küche. Sogar noch Nudeln. Gewürze. Mikrowelle. Wie wahrscheinlich im Eimer ist. Hier ist noch eine ganze Menge. Decke sieht noch einigermaßen aus. Wobei es hier wahrscheinlich auch gebrannt hat. Oder die Hitze halt mit hoch ging. So oder so. Aber hier sieht man Darts gebrannt. Topf. Deckenteile. Decken. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber dass hier Leute alles verbrennen müssen. Brandstiftung. Total geschmolzen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Theoretisch würde es noch da oben hoch gehen. Aber bei dem Holz hier. Bei der Leiter. Die sieht nicht mehr. Ne. Die ist abgebrochen sehe ich gerade. Das heißt da kommen wir so nicht mehr direkt hoch. Stimmt gibt es da irgendwas interessantes zu sehen. Aber. So einfach komme ich da nicht mehr hoch. Das heißt wir gucken uns nur hier unten an. Was es so gibt. Hier wird wahrscheinlich auch wieder ein Kno dahinter sein. Ja. Stehen sogar noch Sachen rum. Also es scheint wirklich so als hätte jemand noch gehaust. Auch nicht allzu lange Zeit. Man sieht ja auch vor allem wie die Türen sind. Man war gar nicht bewusst dass so eine Dämmung in den Türen. war. Hier haben wir noch ein Bett. Möbel. Also entweder war ja noch keiner der alles rausgeholt hat. Oder. Da hinten war ich noch nicht dran. Oder. Es fühlt sich keiner hier für verantwortlich. Das kann auch sein. Also hier hat es definitiv auch gebrannt. Fahrrad. Bett. Ich glaube da hinten ist eine kleine Küche. Vielleicht aufpassen dass man hier nichts mitmimmt. Und hier ist auch schon wieder eine Küche. Oder ein Bad. Waschmaschine. Mehrere kleine Wohnungen. Hier und hier. auch hoffenweise Möbel. Fahrrad. Kaffee. Konserven. Möbelreste. Und hier noch ein großes Zimmer. Ja. Schwierig zu deuten wie das. Aufgeteilt war. Wie die Räume genutzt wurden. Ja. Aber. Das war es was das Haus hier zu bieten hat. Recht interessant fand ich. Beziehungsweise klein. Aber fein. Und da noch mal was hin. So hoch komme ich nicht. Und ich setze mich jetzt hier auch keiner extra Gefahr aus. Ja. Schön. Also hier gibt es auch einen Vorgarten. einen Clown. Aber. Da gibt es nicht viel zu sehen. Ja. Dann gehen wir wieder raus. Ja. Das war das Haus. Gucken wir mal kurz hier so ein bisschen von der Seite hin. Liegt noch im Fernseher. Klein aber fein. Dennoch. Noch sehr viel drin. Aber halt. Vieles. Viele Räume gebrannt. Äh. Viele Räume haben gebrannt. So rum. Ja. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und. Ja. Ich hoffe wir sehen uns dann bei einem. Weiteren Lost Place Erkundungs Video wieder. Und. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und. Bis denn. Bit xem ein recurrelset um gill, bis vorajand diet आ. Bis dann. Bis jetzt.